Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Neverwinter. Na gut, dann holen wir sie uns aus, äh, deren kalten, toten Händen. Hör auf, mich zu kopieren! Wo? Ah, wieso machst du das denn? Sag mal. Au! 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 Daneben, mein Freund. So, der hat, ja, eine Pickel fallen gelassen und Gegenstand. Hier ist noch eine Pickel. Okay, dann habe ich schon zwei Pickel. Kessels Siegel, aha. Ja, zwei brauche ich noch. So, heldenhafte Begegnung, wo denn? Hammerstone Plünderer. Beseitigt. Ja, irgendeine Begegnung müssen wir machen, ne? Irgendeine Begegnung müssen wir machen. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu dieser Begegnung. Ich hoffe, bin ich richtig? Äh, nein, ich bin nicht so ganz richtig. Da unten muss ich irgendwo längs. Durch das böse Tal. Hier wird fleißig abgebaut. Oh, was ist denn hier? Durchsuchen wir mal diese Vorräte. Hammerstone Pickel. Da brauche ich noch eine. Was ist hier los? Armbrustschützen. Ja, Armbrustschützen finde ich doof. Armbrustschützen finde ich ganz doof, muss ich gestehen. Alter, was ist denn hier los? So, okay, äh, da ist eine böse Begegnung und da ist eine böse Begegnung. Zerstört das Totem von Auril. Ja, zerstör es selber. Ich habe keine Motivation, mich mit dem jetzt anzulegen. Hier sind echt zu wenig Leute, ne? Sind alle vielleicht hier? Ja. Weil ich, ich helfe dem Ball. Der scheint nämlich ganz gut, ähm, hier klar zu kommen. Bauen wir mal hier ein bisschen ab. Ne, geht nicht. Jetzt. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin soll, aber hier. Hier geht, glaube ich, gerade was. Ich krieg den Droiden vor den Chiltooth-Trollen. Ja, hier ist Party. Genau. Hier sind wir richtig. Richtig. Ja, hier ist Party. So, ich saß dir. Ah, der Großführer ist es. Ich will ein bisschen näher rangehen. Der ist aber in die Luft geflogen, ne? Wahrscheinlich durch meine Messer hier. So, Großfürst ist weg. Wir haben unsere Begegnung. Schwarz-Eis-Splitter. Ich glaube, die fehlen mir noch. So. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. Aber hier gibt es keine Spitzhacken, oder? So, Eis ist auch abgebaut hier. Nichts mehr für uns. Krompierte Zwerge beseitigen. Noch 16. Alles nicht so einfach hier im Zwergental. Also, vor allem auch deshalb, weil ich mich ja erst noch hier zurechtfinden muss. Ich bin im Moment noch so ein kleines bisschen... Wieso ist hier ein Fragezeichen? Noch so ein kleines bisschen, äh... Desorientiert. Ich bin da. Äh... Ich muss irgendwie so nach da. Heldenhafte Begegnung. Die ist schon vorbei? Nee. Fünf Trolle müssen noch getötet werden. Die aber nicht kommen. Da kommen sie. Die Gegnung abgeschlossen. Kleiner Held 1. Zehn kleinere Heldentaten. Abschließen. Okay. Ich bin also ein kleinerer Held. Was sind das hier für Dinger? Die gehören bestimmt zu einer anderen Quest, ne? Die ich nicht habe. Heldenhafte Begegnung. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Au! So, nimm das! So, nimm das! So, keine Spitzhackgitter, schade. Ich brauch ja noch Spitzhacken. Eis brauch ich nicht. Das spare ich mir jetzt einfach mal. So, gefesselte Zwerge befreien muss ich ja auch noch. Was habt ihr getan? Was? Gibt es hier irgendwelche gefangenen Zwerge vielleicht? Ich bin Moradine's Hammer! Vorräte durchsuchen. Ja, komm. Meine letzte Spitzhacke. Spitzhacken hab ich alle. Jetzt muss ich dir irgendwelche Zahnräder reinwerfen. Richtig? Maschinen-Dingsbumse blockieren. Dann bin ich hier aber falsch. Und Zwerge? Ach, so ein Armbussschütze. Ich bin gerade recht. So, noch drei Zwerge, ne? Drei Zwerge. Und gefesselte Zwerge befreien. Aber wo? Das ist immer das Blöde. Wenn man die Quests zum ersten Mal macht, weiß man natürlich nie, wo man irgendwas findet. Ja, wahrscheinlich dahinter, ne? Da muss man die Tür erstmal dann aufbrechen. Okay, du zuerst, Armbussschütze. Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Ich bin jetzt nicht. Ah, wieso habe ich hier plötzlich wieder Zeitlupe? Ah, das ist echt das Schlimme, wenn das Spiel plötzlich in Zeitlupe wechselt. Okay. Fehlannahme, man kann die Tür nicht kaputt machen. Wo sind die? Wo sind die Eintöpfe? Wahrscheinlich muss ich bei den Trollen suchen, ne? Nach den Eintöpfen. Gut, erst einmal muss ich dann aber Maschinenteile blockieren. Wo, 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 wo? Seite wählen? Nein. Da. Ach, hier geht das. So, einmal flupp. Quietsch. Und es geht immer noch weiter. So, Pech aber auch. Wo ist der Nächste? So, der Nächste ist da. Ah, muss ich wieder kämpfen? Ich versuch's mal ohne zu kämpfen, so wie eben. Konnte nicht gemacht werden. Aber warum kämpfst du nicht? So, schnell die Maschinenteile. Quietsch. Ach. Back hier. So. Au. Wieso bin ich so langsam plötzlich? Böde Zwerge. So, fertig. Jetzt nur noch diese, äh... Achso, erst einmal Belohnung abholen. Ist verdient. So. Dann würde ich sagen, wir machen hier ein Päuschen. Und die letzte Quest, die kommt dann in der nächsten Folge. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald.